hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute wieder auf die und heute habe ich das spiel one punch man road to hero 2.0 das gleich spiel haben wir gestern auch schon gehabt und wir sind auf dem server s 196 und ich probiere heute die ganzen tagesquests so schnell es geht zu schaffen um zu gucken wie lange man dafür braucht ungefähr okay dann würde ich mal sagen geht es hier los kämpfe einmal in der mission hin dass wir dann hier aber erst mal zuvor ich noch die punkte habe vielleicht ist da was dabei was uns helfen könnte hier war nichts training nein brauchen wir nicht das ist zum beispiel auch eine tagesmission gewesen die kann man gleich abholen zumindest gestern war es weil ich davon ausgegangen dass es heute auch wieder so ist wir haben einen neuen charakter in denen der war ja schon also wenn das nichts den aber doppelt den aber doppelt können die doppelte nicht auf die wegschmeißen vorgegen eps umtauschen ach das ist auch eine quest hier kann man nicht einfach sagen allen ein ding ins game sofort schinken abholen geht doch da waren noch welche die heute ein anfrage haben alle annehmen ok alle annehmen ok ja komm wir sind ganz nett ach so geht gar nicht habe ich gerade gewundert warum ist der eine immer wieder das war die zweite quest das war müssen wir mal gucken der ist stark gegen den der ist stark gegen den ist dem alle pistolen das ist nicht gut und der ist noch nicht so weit ich muss darauf achten diese super fähigkeit muss ich sehr benutzen nicht vergessen ja So, das war jetzt die nächste Mission, aber fertig. Verbessere eine Rüstung. Ich weiß nicht, ob ich Sachen hab hier. Verbessere einmal eine Ausrüstung. Wer hat denn hier gute Ausrüstung gehabt? War er hier? Ja genau. Zack. Verstärken. Warte mal. Hat der schon seine Sachen an? Hat er. Der... Nein, ich wollte ja nicht mit den normalen Kämpfen hier. Und den muss ich nochmal aufwerten. Der muss Level 20 werden. Oder 21 war es, glaube ich. Dann zurück zu den einen mit dem blauen Gegenstand. Bei grünen Gegenstände können wir auch nicht ausrüsten. So, haben verbessert. Wäre wir einmal eine Figur. Oh, das kostet Diamanten jetzt. Na gut. Die machen wir zehnmal. Ein Episch. Jawohl. Doktor. Ach, doch. Dann ein Maunwurf. Okay. Wir haben sogar zehn geworben. Das zweite Mal eine Belohnung holen. Ich nehme einmal Mission an. Ach, geht. Erst ab 3.12. 3.4. Oh, da habe ich gar nicht sortiert gerade. Da gehen wir mal. Ich habe das nicht gehört. Ich habe das nicht gehört. Ich habe das nicht gehört. Das kann doch nicht ich mit dem Konto. Kann ich den Konto finden. Nein, der Konto machen. Ich bin aberibilidad. Jawohl! schon fertig also das ging ja diesmal richtig schnell ich habe noch nicht mal die dingens quest abgeschlossen dass ich zehn minuten gespielt habe der gestern zeit zu lang gedauert ich musste erst noch alles freischalten deswegen hat es gestern so lange gedauert dass es heute so schnell geht ich hätte vielleicht ich dachte so 20 minuten vielleicht naja grün blaue ausrüsten auf 21 so den haben wir 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 noch nicht das ist sogar noch richtiger weil das noch epischer ist so die haben wir auf 21 das wasser jetzt eigentlich nur war jetzt noch alle so dass sie genau auf 25 sind 25 den auch auf 25 den auch auf 25 den auch auf 25 den auch auf 25 den auch noch auf 25 ich habe ich den habe ich da einmal den habe ich wo ist er da den habe ich da den habe ich da ich kann noch mal probieren alle auf 30 ach ne das schaffe ich nicht schon bei denen hier will ich es nicht mehr schaffen gut galerie einmal noch schnell die punkte abholen das war noch mehr gewesen dann noch einer so freunde anfragen gut aufträger meilenstein figur jetzt gehe ich noch mal kurz in der stadt rein ach nee das das möchte ich nicht machen da habe ich gar Lust drauf anwerben jetzt habe ich auch mal frei jetzt brauche ich es auch nicht mehr einkaufszentrum Figurenhändler individuell des du größeren das ist Extremer Test, okay, Turnier, Rangliste, Kampfe, ne, da brauche ich nicht Inventar, bisschen Ausrüstungfragmente, nein, wo kann man heldenlos werden, das stimmt hier, oder? Ne, der Weg der Stärke, das war der Weg der Stärke, Kämpfen, Anwerben, Helden holen, Einkaufs-Shop, Extremer Test, das war der Turm, hm, Ich bin bei 2,14 Kampfe, empfiehlt, Schau! ich probiere doch mal 102 abzuschließen ja 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 jetzt die mit der Faust vorne nein und die dann war so ja ja da ist doch ja 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 Jawohl, das war überhaupt ein bisschen knapp. Boxhandschuhe. Ich habe mich sortiert, ach schon wieder. Hoffen wir das Beste. Also sie wird schnell sterben. Oh, selbst gesessener Schlag. Der müsste der nächste sein. Nein, der. Zubi. Zwei, achtzehn. Ok, da muss die Mütterpistole hin. Hier muss der hin. Der kommt dahinter. Ah, nein. Temos pistole. Temos gegen die Pistole und die Pistole gegen die Faust. Um, das war so. Das war ich nicht. Super. Peri, peri. Okay. 19. Oh, da kann man auch reingehen. Da muss ich den hinsetzen. Da den. Hm, machen wir so. Okay, jetzt werden sie gekretet, die drei. Okay, jetzt werden sie gekretet, die drei. Ja. Jawoll. Vielleicht geht's denn das noch. Meine Güte. Ja. Faust, da kommt mit Waffe hin. Ja. Oh, oh. Die sind jetzt so richtig arm dran. Weil die beiden dahinten sind stark gegen die beiden. Hm, hm. Ja. Verloren. Gut. Dann werde ich hier auch Schluss machen. Das noch einmal abholen. Ich werde mein Ticket abholen. Und werde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.